Angeln auf Hecht im Frühling. Hechteleichen im Frühjahr normalerweise so zwischen März und Mai, abhängig von der Region und der Wassertemperatur. Flache, gut strukturierte Bereiche mit Pflanzenbewuchs sind wahre Hotspots. Hier findet der Hecht nicht nur reichlich Nahrung, auch dienen die Pflanzen später Unterschlupf für den Nachwuchs. Im Frühjahr können verschiedene Köder effektiv sein, um Hechte zu fangen, da die Fische in dieser Zeit sehr aktiv sind. Es gibt eine Vielzahl an Ködern, mit denen du Erfolg haben kannst, aber ich habe immer ein paar Köder dabei, wie zum Beispiel Spinnerbaits und Shatterbaits, die eignen sich besonders gut, um im Flachen zu fischen. Ein Köder mit einem Einzelhaken setzt sich eben nicht so schnell an Hindernissen fest. Jerkbaits haben eine sehr verlockende Aktion. Langsame und zuckende Bewegung imitieren die Bewegung verletzter Beutefische. Gerade in verkrauteten Bereichen sind Topwater-Köder sehr effektiv. Zudem sind die Bisse die allercoolsten ever. Gummiköder in allen möglichen Formen, ob als Krebs oder kleine Fische, imitiert dieser Köder die Beute sehr real und sind immer ein Versuch wert. Diese Köder kann man zudem sehr vielfältig fischen, über Grundzupfen, Jiggen oder einfach nur durchs Mittelwasser ziehen. Welchen Köder fischst du denn gerne im Frühjahr? Teile es gern mit uns in den Kommentaren.